Was war das für ein irgendein Zug, Alter? Was war das für mich? Rush hat die Turniere finanziert am Anfang, weil wir ausgemacht, dass am 1. November meine Cups losgehen sollten mit Buy-In. Da gab es ein paar Schwierigkeiten und die haben gesagt, wir wollen, dass meine Cups am Leben bleiben. Und deswegen haben die 2k reingepackt in jeden Cup. Weil jetzt ist ja Buy-In. Ich will gar nicht wissen, wie viele Köpfe ich schon Black-Nana geraucht habe. Ich habe ja bestimmt so viel... Scheiße, Aupa! Dann holst du dir keinen R10. Ohhhh! Thomas OM! Aupa! Aupa! Ohhhh! Scheiße, Aupa! Ohhhh! Scheiße, Aupa! Warte mal jetzt hier! Ohhhh! Aha! Aha! Buuuuh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oho! Oho! Und da ist 1-0! Trigger! Boom! Trigger! Boom! Trigger! Ohhhh! Wie gut! Das ist Hakus! Ohhhh! Sehr, sehr, sehr weird, das Game-Tale. Das ist komisch, aber... Keine Ahnung. Woah! Oha! Oha! Hä? Oho! 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 Kilian! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie schnell der wurde! Und Tor! Oh! Abo! Cristiano! Cristiano Ronaldo! Oh mein Gott! Choke! Ronaido! Oho! Ohhhh! Ronaido! Ohço! Oh mein Gott! Das ist Cristiano Ronaldo! Oho! Das ist Cristian! Oh! Ginola! Oh mein Gott! Oho! Oho! Killian! Oho! Kilian! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ein Pass! Oh mein Gott! Toh! Wenn Auba gewinnt und Jankov gewinnt, Auba gegen Jankov. Halt wieder alle! Jankov und die PC sind alle am Hören. Auba jetzt auch. Das könnte einfach so ein deutsches Halbfinale sein. Alles deutsch. Außer einen Spieler. Oh 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 oh. Game over. Auba ist im Halbfinale. Boah! Game over. Auba ist da. Oh! Elva schießen! Bei Neymar habe ich immer Angst bei Elva. Neymars Anlauf ist so Wahnsinn. Aber das ist stark gemacht. Was ist stark gemacht? Epixel. Ey Salvino! Wenn Epixel das gewinnen sollte, mach mal direkt schon mal Wette vorbereiten. Wer gewinnt? Auba gegen Epixel. Wenn das so sein sollte. Oh! Aber auf Englisch bitte. Bereit schon mal vor. Oder doch nicht. Man weiß nicht. Oder gegen Itai. Oh, strong. Das ist strong. Das ist strong. Das ist strong. Das heilt jetzt. Oh! Real. Oh! Epixel choke! Matchball Itai. Matchball Itai. Matchball Itai. Makinios! Oh! Was? Ich habe den gehalten gesehen so. Oh mein Gott. GG's. Was ist das für ein Team? Aber krass, wenn er so rasiert mit ihm. Was ist das für ein Team? Moin Captain Keule. Aha! Oh! Oh, schöner Pass. Boah! Das ist echt so Steinzeit, ne? Bruder. Der denkt einfach, dass wir jeden Tag 2.000 Euro... Warte mal hier. Auba! Der denkt, wir machen jeden Tag 2.000 Euro Turnier. Hilfe! Hilfe! Der denkt einfach, jeden Tag gewinnt der erste 1.500, ne? Der denkt, wir schnipsen so, Geld ist da. Aber guck mal, du musst dir so vorstellen, bis zum 30. Dezember. Oh! Da merkt man, Digga. Der Typ hat ein Toastbrot-Gehörn. Wahnsinn! Oh, Jinola! Bei uns ging auch... Haben wir gesehen, Digga. Es lief einfach nicht. Aber... Scheiß drauf. Warte mal hier! Matchball Auba! Auba! Mal schauen, ich frag vielleicht Lost oder keine Ahnung. Oder wir teilen uns Hotel. Auba holt das Ding sich hier! Aha! 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 Auba! Auba! Gigi's Jungs! Fahl mal Wetter auf, Gigi's in den Chat. Ich geh jetzt eh gleich auf, deswegen. Gigi's auf jeden Fall, ja. Auba ist ein Top-Spieler! 剛 es ein Piratet basieren! ... Bis zum nächsten Mal.